Wir haben das Feuer! Wir haben uns in der Fluss-Fahrung. Wir sind in der Fluss-Fahrung. Wir sind in der Fluss-Fahrung. Wir sind auf den vierten Linie. Auf Platz 1, 2. Das ist ein gewissemütiger Sportauto. Auf der dritten Position. Mit Startnummer 726. Nuller Boller ist das. Aber vorne ist Knossi auf Platz 1. Super! Und wir haben uns zum Universum in der Lina. Kreuzung von K effektivitär. Wir sind in der Fluss-Fahrung. Wir sind hier in der Fluss-Fahrung. Dann sind wir in der Fluss-Fahrung. Schuss zum Auto. Ein Flugschiff ist in der Fluss-Fahrung. Berichte bei der Statenrothschung. In der Fluss und der Fluss-Fahrung an der Fluss-Fahrung angeklebt. Das ist gut zu erkennen. Man könnte sich die anderen mal eine Scheibe von abschneiden, die hier so in der Witz sind. Der eine oder andere hat so Und heute mit einem kleinen Startnummer, Kanzing-Couso, Seid noch ein paar Tage, schau noch mal das Fahrzeug an die Fahrzeuge. Und die Fahrzeuge haben die Fahrzeuge, die Fahrzeuge haben mit der Fahrzeuge und der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge haben die Fahrzeuge. Also jetzt starten wir auf 696, die rührenden Platt und Blue Lightning. Aber vorne auf Platz 1 über den Zielgericht, dass sich die Fahrzeuge überwöhnen. Ganz starke Fahrzeuge und Rating-Couso auf der Tour Kaum gefordert auf Platz 3, da die Moto-Sportrufe, 4, Race von Fon, 5er Platz, dann mit dem Maskottchen die Startnummer 612, René von den Schmiedeschrauber Nordrheinburg und dann zum Abschluss kommen noch die D-Lightnings mit der Judith in der Sinti-Rivier. Wir kommen zum Kramant-Rennen, Kramant-Original-Klasse, macht sich startbereit und da haben wir im ersten Lauf die Gremlins mit Nick Schwanke mit der 9.30. Sabine ist dabei, Stoffe-Team DSG.